Wir kaufen auf 10 Cent, kein Bock zu gambeln. Feierhaupe können wir mal schauen, den kaufen wir nur einmal, weil 60 Euro. Ne, ne, Algen kann man nicht kaufen, leider. Kann man Feierhaupe kaufen, ja, oder? Uh, und jetzt können wir was Gutes, bitte. Wir müssen wieder auf 2K kommen, wir sind 650 minus. Deswegen gönn Collector, bitte. Sonst würde es nichts zahlen. Okay. Schade. Das ist mir das 0 ungefähr. Oha, auf wieviel Einsatz er kann. Gold, bitte. Oder blau. Oha, fast fullscreen, wieviel zahlt es. Okay, lecker. 50 Cent, kranker, jungen, schmeckt. Immerhin money back. Gold. A für okay, würde auch wenig zahlen. Ich gebe nochmal Gold, wir gehen direkt raus hier. Gold. 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 Ich habe gerade gesagt, jetzt 500er rein und er hat sie reingedrocht. 560 Euro, Digga. Auf 10 Cent. Holy fucking shit. 6400 x. Ich habe es gerade gecallt, Digga. What? Alter, was ein geiler Bonus. Ich habe gerade gecallt und jetzt 500er und er droppt sie rein. Was ein geiler Bonus. أن harus ein geiler Bonus.